Warum drücke ich denn immer Neustarten? Was machen sie mit den Flugzeugen, dass sie so auf Feuer fangen? Schütteln sie so lange Benzin über das Flugzeug, bis es vollgetankt ist? Nein, da sind so Gewitterwolken. Muss man darauf achten. Da sind so Gewitterwolken und dann kriegen die so einen Blitz ab. Dadurch fangen die Feuer. Das habe ich auch schon gehört und ich finde die Idee sehr gut. Ja, super. Dann werden wir das doch auch so machen. So haben wir halb elf. Ja. Wir werden dir beibringen, wie du ein Ziel mit einem Flugzeug und einem 50 Kaliber Maschinengewehr und einem Raketengestell abschießt. Eigentlich klingt das nicht so beeindruckend klingen, was? Eigentlich klingt das nicht so beeindruckend klingen, wenn du es so sagst, nicht wahr? Translation for the win. Okay, wir haben ein paar Drones in der Luft. Keine Angst, wir haben das kleine Problem. Diese sind unter unseren Kontrollen. Wir haben auch ein F-16 in der Luft. Drage diesen F-16 auf einen Drones und du kannst es folgen. Wenn du den F-16 wählst, und es hat ein F-16, Du kannst einen F-16 bei benutzen das Trackpad in der Hand. Keine Angst, aber ein F-16 in der Luft. Haha, wie cool! We got a busted radar. Perhaps you could go down there and key in the startup sequence. I'm not exactly sure what it is, but I'm sure you'll figure it out. Hang on, something's on the radar. What is that UFOs? Get ready kid, here they come. Oh, UFOs! Von wegen mein Schiff kaputt machen. Nicht mit mir, mein Freund. Da ist noch eins. I'm hit. My engine is on fire. Uh oh. What the fuck? Nein! Nice shooting, but they're not through. Get another plane in the air. Das Ding stirbt ja fast. Oder geht kaputt. Ah, guck mal, da kommt die Rettungscrew. Ja, ich konnte ihn ja leider nicht landen lassen. Take down all those UFOs. Blöd, dass die außerhalb des Spielfeldes sind für mich. Wo ist denn mein anderes Flugzeug hier? Hä? Was? Was ist der da? Das ist ein Schläger. Was ist der da? Shit! Boah, wo kommen die denn alle her? Ja! Ich hab mein Flugzeug eingesaugt! Fuck! Oh! 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 Oh shit! Oh shit! I'm hit! My engine's on fire! What's that? What's that? I'm hit! My engine's on fire! What? Boah! Oh! Boah! Oh! Don't worry, we took care of that little problem they had. These are under our control. You've also got an F-16 out there. Drag that F-16 onto a drone, and you'll start following it. When you have the F-16 selected, and it's got a target, you can fire a missile by using the trackpad in your right hand. Nice shot! Now target another one, and use the trackpad on your left hand. That's right, there's your .50 cals. Hmm, we've got a busted radar. Perhaps you could go down there and key in the startup sequence. I'm not exactly sure what it is, but I'm sure you'll figure it out. Hang on, something's on the radar. What, it, is that, UFOs? Get ready, kid. Here they come. Das geht ja jetzt noch am Anfang, ne? Wenn noch nicht so viele da sind, aber... Okay, da ist das ja schon ein bisschen krasser hier. Okay, wo kommt der nächste? Shit. Man, warum macht der denn nicht das, was ich sage? Nice shooting, but they're not through. Get another plane in the air. Don't get das, nisch. Am! um I'm hit. My engine's on fire. I want some more fighters. We need all the help we can get. What the fuck? I'm hit. My engine's on fire. My engine's on fire. My engine's on fire. I don't like how easy it is for them to sneak up. My engine's on fire. I'm sure it will come in handy later. Boah ey. Das war aber echt jetzt anstrengend. Das sag ich dir. Meine Fresse. Oh. Steh den Tisch. Totally. I'm sure I know.